Hey Leute, da ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, dass Toiletten, was hier momentan sehr rar ist und quasi als eigene Währung gilt, hier ein kleines Tutorial, einmal wie ihr euer Zimmer damit tapizieren könnt. Und zwar, wir machen uns erstmal eine Röhre. Die Röhre stellen wir erstmal auf, das heißt 90 Grad und machen uns erstmal die Form einer Klopapierrolle. Das heißt, wir machen uns das ein bisschen kleiner, das auch kleiner und dann ein bisschen länger. Ja, ein bisschen noch kleiner. Ich denke, so, das sieht schon mal, ja, das sieht gut aus, super. Dann machen wir Röhre, also einmal können wir hier auf Darstellung gehen, dann auf Quadrant Shading Linien und machen die Segmente erstmal hoch, damit die Ecken nicht so abgekantig sind, sondern sehr smooth. Machen wir 100, was so schön ist. Deswegen wir gehen auf Röhre, SDRGC, SDRGV, um das zu kopieren. Und dann wollen wir die natürlich ein bisschen kleiner machen. So, ich denke, das dürfte okay sein. Ähm, ja, sonst können wir gleich nochmal ändern, aber ich glaube, das ist gut so. Vielleicht noch einen Tick. Kleiner. Na. Ja. Und dann die Röhre. Ja. 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 So, ja, so ist in Ordnung, würde ich sagen erstmal. Und zwar, dann wollen wir, wollen wir natürlich jetzt obligatorische Blatt machen, was da immer vorne rüberhängt oder halt hinten rumhängt. Aber mir ist es vorne, also drücken wir jetzt C. Okay. Machen, nehmen uns unser Eckwerkzeug und wir uns einfach mal eine Ecke an. Ist eigentlich egal welche. Machen wir mal hier diese da. Und ziehen das einfach runter. Ich denke, so ist in Ordnung. So. Machen wir vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Ist egal. So, jetzt wollen wir das natürlich ein bisschen biegen, weil das sieht dann momentan sehr statisch aus. Das sieht nicht so dolle aus. Das wollen wir halt ändern. Wenn wir das jetzt biegen würden, würde er das nicht direkt machen, also nicht alles, weil er biegt halt nur die Polygone und das ist momentan nur ein großes Polygon. Das wollen wir halt unterteilen. Deswegen gehen wir unser Polygon-Werkzeug, wählen uns die eine Seite aus, drehen uns das Ganze, wählen Shift, also drücken Shift und wählen uns die andere Seite aus. So, jetzt machen wir rechte Maustaste, na sorry, SDGC, äh SDGZ, sorry, damit das dann zurückkommt wieder, rechte Maustaste, gehen wir unterteilen und wir sehen, er unterteilt ist uns das in vier Kästchen. Wenn wir das jetzt nochmal machen, sehen wir, ah, okay, das heißt, die vier Kästen sind wieder unterteilt in jeweils vier Kästchen. Das heißt, wird proportional alles nochmal erhöht. Das heißt, wir gehen nochmal Unterteilung, nochmal Unterteilung und ich gucke mal nochmal Unterteilung, ja. Jetzt können wir das auch biegen und zwar wegen unserem Biegen-Werkzeug. Nehmen wir unsere Box und ziehen uns erstmal zurecht. Das heißt, machen wir die ein bisschen kleiner. Ja, so ist okay. Ja, das ist doch schon mal gut. Das heißt nicht, dass es den Rest berührt, sondern nur, das ist okay, glaube ich. So, jetzt, wenn wir das jetzt per Drag & Drop, sorry, Das war ein Gener. Wenn wir jetzt unser Biegen per Drag & Drop unterhalb von der Ruhe ziehen und, also das heißt, wird angewendet jetzt, dann gehen wir hier auf Stärke, dann verschiebt er alles. Das wollen wir nicht haben, deswegen gehen wir auf Modus innerhalb der Box. Das heißt, er, wenn wir die Stärke erhöhen, verschiebt er nur alles, was innerhalb der Box ist. Das ist schon mal gut so. Ups, deswegen gehen wir, na, gehen wir zurück. Deswegen können wir das jetzt mal so machen. Ziehen wir das ein bisschen, äh, wie machen wir das? Ne, drehen wir das, sorry. Das heißt, das drehen wir einmal um 180 Grad im Endeffekt. Äh, und müssen das doch ein bisschen, kleinen Döner machen. So. Und jetzt können wir bei der Stärke, können wir natürlich die Stärke noch mehr erhöhen. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. Und wenn wir das rendern jetzt, also von der Seite mal, sehen wir, ja, da das Blatt sieht jetzt ein bisschen nicht mehr so statisch aus, das sieht schon mal ganz in Ordnung aus. Können wir später auch mal anpassen, aber ich denke, das ist so weit in Ordnung. So, jetzt machen wir uns bei Erzeugen. Gehen auf Redshift, Material, Material. Ihr könnt im Endeffekt auch ganz normales Material nehmen, ist egal, weil die Folgendweise ist dieselbe im Endeffekt. Wenn er das jetzt geladen hat, gehen wir hier auf Shader Graph. Shader Graph. Und nehmen uns eine Textur. Ich packe euch alle Texturen einfach in die Videobeschreibung unten rein. Das heißt, wir gehen auf, wo hatten wir es? Äh, ja, ich glaube, das ist es. Jetzt ziehen wir uns das einfach rein. Und dann gehen wir hier den Output, na, Output, gehen wir hier auf das blaue, auf den Eingang. Gehen auf Diffuser, Diffus Color. Das heißt, die Farbe wird damit verändert. Deswegen, wenn wir das jetzt mal schließen und wir packen das auf unsere Röhre auf und wir rendern das. Ah, obwohl, sorry, gehen wir erst auf eine Voreinstellung. Standard müssen wir natürlich Redshift machen. Und das müssen wir uns machen, erst mal ein Lightroom. Das heißt, ihr könnt euch bei HDE Heaven, könnt ihr euch kostenlos ganz viele HDEs downloaden. Das hatte ich mich mal gemacht. Das sind jetzt über 700 MB, deswegen wäre ein bisschen viel. Das heißt, ähm, nehme ich hier einfach was, aber vor was machen, sorry, gehe ich mir hier auf Wertschrift, äh, Light, Dome Light. Jetzt gehe ich hier auf die Content Browser, Eigen, Material, HDE, ich habe Outdoor, ja. Nehmen wir irgendwas, also irgendwas, was halt farbenfroh ist. Deswegen. Und Pad, Drag & Drop können wir uns das hier reinziehen. Wenn wir das erst rendern, ist es ein bisschen hell. Okay. Machen wir mal Positionen, enden wir ab. Ah, okay. Ja, genau. Das kann natürlich sein, weil die Projektion das andere. Deswegen. Wir gehen hier auf unseren Ball. Und so, was wir machen können, ist bei Redshift auf Ränder Preview gehen. Das heißt, wenn wir hier Play drücken, rendert er das uns die ganze Zeit vor. Also, wenn wir was verändern, rennt er sofort in Echtzeit nach. Deswegen gehen wir auf UVW-Mapping, gehen wir auf Quadermapping. Ah, das ist aber wirklich ein bisschen hell. Enden wir mal die Position. Ja, okay. Ich denke, enden wir einfach die Position. Deswegen, wir nehmen uns, also direktieren das alles. Also, in meinem Fall einfach. Und dann können wir eigentlich auch schon als G drücken. Dann haben wir es kopiert. Na, komm schon, kopiert. Und jetzt können wir uns mit unser Drehwerkzeug das Ganze einfach mal drehen. Na, nicht hoch, sondern einfach drehen. Okay. Also, sieht man halt wohl noch nicht. Und zwar, wie nun auch sei, ist es einfach noch ein bisschen glatt. Das wollen wir halt generell ändern. Deswegen gehen wir hier mal in unser Shader Graph rein. Nehmen noch mal dieselbe Textur. Packen die auch nochmal hier rein. Und zwar gehen wir hier auf Nodes, geben wir Bump ein. Das heißt, wenn ihr die normalen Texturen habt, also den Standard-Renderer, ist es dasselbe, was halt es einfach ein bisschen Tiefe gibt, gibt den ganzen. Das heißt, wir gehen, ziehen uns das erstmal ein bisschen zurecht hier. Bei Output gehen wir wieder genau auf blaue, gehen auf Textur, auf Input und dann unseren Bump. Ziehen wir hier auch auf blaue und gehen auf Overall Bump Input. Jetzt können wir auch schon sehen, jetzt gibt es diese netten Bumps. Das ist letztendlich, was wir haben wollen. Denn, wenn wir es rendern, sieht doch schon mal ganz cool aus. Jetzt, da das natürlich alles Luxusgüter sind, gehen wir hier natürlich nochmal rauf. Gehen auf Output, sorry, gehen auf Material bei Custom, gehen einfach auf Gold. Das heißt, wenn wir das jetzt ganze rendern, haben wir eine goldene Klubapierrolle. Und das ist, was wir haben wollen. Und jetzt können wir uns, jetzt können wir natürlich noch, wenn ihr wollt, weil wenn wir das jetzt rendern, seht ihr natürlich, hier, das sieht natürlich nicht real aus, weil dieselbe Textur ist halt hier auf den Ding nochmal drauf. Was wir natürlich machen, ist einmal, wir gehen Rechte Maustaste, gehen auf die vorne, ne, nicht vorne, ach so, okay, wir haben das ein bisschen nicht gerade gemacht. Das ist natürlich jetzt blöd. Ah, okay. Gehen auf 0 Grad, dass wir halt das, ähm, ja, wirklich 100% gerade haben, also war eine Vorderansicht. Gehen auf die vorne Ansicht, wählen unsere Polygon aus, gehen dann auf unsere Röhre nochmal und wählen, ah Quatsch, sorry, wir haben unser Live Selection Tool aus und gehen allerdings hier auf nur sichtbare Elemente selektieren aus und selektieren uns einfach den ganzen Kreis. Denn wie wir sie jetzt sehen können, ist auch die andere Seite selektiert, automatisch. Deswegen, dann gehen wir nochmal, ähm, unsere Texturen rein, also ich kann, ich packe das euch auch nochmal rein in Wie Beschreibung alles, das ist im Endeffekt, ich nehme irgendein Metall, das ist eigentlich wurscht, äh, gehen auf, wo machen wir das? Gucken wir uns das Ganze, gehen auf, ähm, Shadow Graph, äh, sorry, machen hier einfach die, ähm, na, die Bilder, ändern wir, und zwar Texturen. Wie gesagt, ich habe einfach irgendwas genommen, was halt einfach sehr viele Bums hat, das heißt Metall, hier dieses Rostding, weil im Endeffekt ist es ja sowieso egal, weil es sieht ja, ist ja eh vergoldet alles, also deswegen unseren Fall ist es wurscht. Und deswegen, das ziehen wir uns dann auf unsere Auswahl drauf. Und wenn wir das jetzt Ganze rendern, sehen wir, sieht es doch, so, ja, schon mal nach etwas aus. Ich meine, ist doch, okay, ist doch halt sehr extravagant, ne? Ja, deswegen, machen wir uns das wieder gerade. Und, achso, was wir sehen, natürlich das, äh, mittlere, das ist natürlich auch nicht, ähm, das ist auch kein Material, machen wir natürlich Material nochmal. Da das natürlich Pappe viel zu billig wäre, gehen wir natürlich auch auf Material, und machen einfach ein Platin. und packen uns das auf die Röhre 1. So, denn wenn wir uns das Ganze jetzt mal rendern hier, sehen wir, ganz extravagant, haben wir hier eine coole Clubpapierrolle, die sicherlich mehr als 15 Euro kostet. Ähm, und jetzt wollen wir natürlich, das können wir halt rendern jetzt im Endeffekt, ähm, wenn wir das erst rendern, haben wir halt das Problem, haben wir halt den ganzen Hintergrund des HDNIs, das wollen wir halt nicht haben. Deswegen, ähm, gehen wir hier auf unseren Dome, und gehen einfach auf Enable Background. Wenn wir das erst erst rendern, ist der Background theoretisch weg. Genau. Heißt, unser Background ist weg, aber haben trotzdem unser Lightning. Genau. Und wenn wir jetzt um Rendermanager gehen, und, gut, das haben wir 15 Minuten, wie wir verbraucht, ähm, können uns das, ja, gut, 1080 halt, äh, 1920, sorry, 1920 mal 1080, und was ganz wichtig ist, 1080, ist, wenn ihr bei Redshift, ähm, also in Einstellungen, die Samples hochschaltet, weil wenn ihr die gering habt, habt ihr dieses Rauschen drin, also diese kriseligen, krisel, habt ihr schon mal gemerkt, deswegen, ich bin momentan immer so, so, kommt halt aufs Projekt an, aber so bei 1000, 1000 bis 2000 mache ich das. So, und, ja, jetzt redert ihr, könnt ihr das rendern, und, braucht im Endeffekt nur einen 3D-Drucker, und könnt es dann tausendfach duplizieren, und dann schön benutzen. Deswegen, war es jetzt eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich bin natürlich über ein Abo freuen, ähm, ja, ansonsten könnt ihr mein Video so auch gerne teilen, wenn es so gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.